Das hier ist neu für neues Eventfall. Sammel den Aktenkoffer ein und behalte ihn so lange wie möglich, um Geld in IP zu bekommen. Aktenkoffer einsammeln. Soll ich nur noch was? Ne, der muss ich gehen. Der Aktenkoffer ist hinter uns. Wer? Der Aktenkoffer. Hat sie? Ja. So, jetzt versuch mal nicht zu killen, die Affen. Hast du ein Panzer? Ja. Nein. Fahr mal nicht zu killen, kannst du euch mal Hilfe machen. Ja, ich versuch in mein Fahrzeug zu kommen. Ja, du kannst es noch schnell, kannst du nicht, aber es hat immer noch Platz 2 kommen. Ja, das hat der Super dann gehalten. Ich bin schützt mich. Du hast den Walter, an den, singen? Ja. Paschne, paschne. Nein. Wer ist denn mit Jeff denn für mir her? Egal, der kann ich nicht anvisieren. Du bist schon 20, 20, 24, 25, 25, schaffst du das 3, schaffst du das 3. Ja, wie bin ich da? Boah, der beleidigt mich auch. Boah, der leidigt mich auch. J.K., du fucking Bastard! Halt, die Wendt? Ja, jetzt. Am meisten kannst du das kaputt machen, das kannst du ganz gut, oder? Kannst du nicht. Ab wegen die Staff, ich habe jetzt auch einen Gebi. Ich habe mir jetzt einen Panzer geholt. Oh, das ist geil. Wollte ich jetzt am meisten kaputt machen, eigentlich. Also, wenn es nochmal läuft. Ja, noch eben auch Platz 3 geschafft. Boah. Krass. 23.500 habe ich bekommen. Was geht's los? Rückwärts fahren. Was? Rückwärts fahren. Einfach nur rückwärts fahren? Ja, ich fahr zum Flughafen, da habe ich meine Ruhe. Boah, wer erster ist. Und er sagt noch das kann nichts mehr überhaupt machen, Oh na ja, ich gebe noch. Oh! Unig. Neing. Das ist ein Gem. Er ist ein Gem. Ich werde das jetzt nicht混 mit. Schön, dass ich die Gute! Ich muss mich mal schau. Ich werde es jetzt nicht mehr über die Leute gucken. Ich werde uns nicht mehr so sehen, dass ich jetzt nicht mehr da gesucht bin. Ich werde es nicht mehr in die Leute in die Tauern gelungen sehen. Ich werde es nicht mehr so schwer. Das war ich jetzt nicht mehr so lange. Und das war der Schnelle. Was ist die Gute? Ich werde es nicht mehr so schwer? Das ist das. Das ist das. Also, ich werde es nicht mehr so schnell. Hallo! Zwei Tag, guck mal wie knapp, aber eigentlich hab ich mehr, guck, eigentlich hab ich mehr. Ja, also recht. Ah, wieder verarscht. Ah, das ist eingefärscht, was ich meinte, dieses wo man drin bleiben muss. Schaffst du das noch? Noch 13 Sekunden, es gibt alles. Boah, das ist ein bisschen länger. Nein, ich schaffst es nicht mehr. So, jetzt beginnt es. Da muss ich mal von außen schwellen. Ja. Siehst du, wie sie sich bewegt? Siehst du in welche Richtung? Nee, ich sehe gerade leider nicht. Der ist ja mega lustig, man kann keine Waffen benutzen, man muss einfach rausrahmen. Oh, falsche Richtung. Kann ich euch abschließen? Hä? Kann ich euch abschließen? Probier mal. Ja. Ich glaube, das ist ja lustig. Der eine ist ja der Megapisser, der hat erstmal seinen, äh, sein, der hat den, äh, den Senkrechtstarter det. Das ist ja lustig. Aber ich will fliegende Fahrzeuge noch verbieten. Weil das hast du echt mit dem Megaporteil, dann mach das auch nicht so gut. Was denn? Ja, mit fliegenden Fahrzeugen, da hast du ja keine Nachteile. Das ist halt an die Ebel egal, dann kannst du auch aus der Luft machen einfach. Nein, ich bin ausgefahren. Ich bin ausgefahren. Ich muss da reinfahren. Man hat 10 Sekunden Zeit, um da reinzufahren. Doch mit mir. Ich bin dein kleiner auch. Wo'll? Oh, das ist lustig. Das ist eh lustig. Das wird wohl hier, mega lustig. Okay, Ebelloch. Das ist wirklich lustig. Du hättest irgendwie gute Chancen gehabt. Boah, das ist. in der Zeit der Zeit, wie lange das noch geht? Ja, das stimmt. Steht auch nur die Distanz, oder was? Ja, das stimmt. Steht auch nur die Distanz, oder was? Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist richtig. Also, ey, die Kuppel geht immer weiter? Das stimmt. Jetzt guckst du zu? Ich gehe direkt in den Tuch gucken. Dann kannst du auch nicht hinfliegen, Alter. Ja, das sieht die Kuppel ja nicht. Also, siehst du aus? Wenn ich nicht dran scheine, dann sieht das nicht bescheuert aus. Hä? Wenn ich nicht dran scheine, dann sieht das nicht bescheuert aus. Wieso bescheuert? Ja, der hat keinen Versuch bewegt. Ja, das weiß ich nicht. Die Affen da in den Helis da rummocken, ne? Aber ich glaube, ich bin zu klein, da kann man mit den Helis mal richtig ausfallen. Ich bin mal gespannt. Und ich nehme jetzt mal den Dubstar, damit ich schön robust bin und alle wegbauen kann. Wollt sie wieder kleiner geworden. Oh, das hat Kuppel endet. Schnell, schnell, schnell. Das muss ich uns auch unbedingt noch machen. Also, das ist Spaß. Wenn ich auf den Weg rein und abgeschossen bin. Ja. Das ist richtig lustig. Nur noch acht Teams. Dann sind acht Spieler übrig. Zwei sind rausgeflogen. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. 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 Ja. Boah. Wie klein geht es in den Kuppel? Ja. Oh, wie klein die jetzt ist? Der Jet muss auch nicht gucken, wie er jetzt fliegt. Ich hab die mit auch von oben, Herr Kleiner. Wir sind doch lieber so hoch. Deswegen kommt die auch näher. Da geht der Jet raus. Wie lustig das ist. Da regt sich auf jeden Fall gerade einer auf. 4 nur noch. Ja, das ist der Heli. Das ist der Heli gewesen sein. Jawohl, nur noch 4. Wie geil ist das denn? Nur noch die 4 Autos. Was, was, was? Nein, wir sind alle 6. Oh, ich bin noch da. Ich bin als Einzelner noch da. Ja, ich hab gewonnen. Was hast du denn geschafft? Ich hab die mit dem Dubstar alle weggekickt. Wer ist der King, hä? Scheiß, das war richtig geil. Du bist toll auf dich, Mann. Ja, das war geil. Der Schlitz in das Dreieck.